Also so reagiert die Frau, muss ich ehrlich sagen, auch in Echt werden die mich sehen. Hallihallöchen und willkommen zurück direkt in der Casa de la Wuschel. Wir haben in Folge 1 dieses wunderschöne Gebäude gebaut. So, uah, Alter. Dieses wunderschöne Feuer gemacht und diesen wunderschönen neuen Kumpel erworben. Oh shit, jetzt wird es dunkel. Gut. Was machen wir als nächstes? Ja, gute Frage. Was haben wir denn noch zum Angebot? Ha. Water Collector? Ah, mit Schildkrötenpanzer. Werde ich mir mal machen. Auch wenn wir jetzt noch keinen Schildkrötenpanzer haben, dann gehen wir mal am Strand entlang. Bam. So, jetzt bauen wir noch einen Schildkrötenpanzer. Ach, jetzt hat. Ja, geil. Der Hackfleisch hat eine Zaglerstückler. So, Hackfleischstückler, da hat er der Hasser. Der, ihr wisst schon, was ich meine. Hat der jetzt noch was dran? Wie, der hat noch einen Arm. Nieh mal Arm ab, als Arm dran war. Ha, ha, ha. So. So, wo gehen wir jetzt hin? Stein! Wow. Stein, Stein, Stein. Stein hier. Alter. Ich höre hier doch irgendwas patschen. Okay, ich werfe schlafen. Ich werfe schlafen. Ach, das sieht so geil aus. Hammer. Ah, ja. Und wir haben soeben unseren ersten Tag und unsere erste Nacht überlebt. Jööö, geil. Ist schon mal... So weit bin ich noch nie gekommen. Nein, Spaß. Achso, voll. Alter, was ist denn das? Geht's hier zur Mittelerde, oder was? Boah, ich... Boah, nee, lieber nicht. Ich kenn mich und kommt wieder bloß Scheiß dabei raus. Hä? Was war denn das jetzt? Hey, da unten ist auch mal ein Stämmchen. Ach, da hat's denn den Kaut vom Haus zu liegen. Ah. Oder? Oder? Kacke. Sind einfach bloß runtergerollen. Scheiße. Ach, egal. Ach, klar. Wie gut. Was sollet? Ich bräuchte was zu trinken. Hat's... Hab ich gedacht. Ach, scheiße. Der ist noch nicht fertig, der Wasserspender. Kacke. Brauchen wir doch noch... Töne. Oh, fuck. Alter, ist das ein Fall-Damage. Voll der... Alter. Medizin. Ach ja. Man kann natürlich auch heute benutzen als Rüstung. Hier unten gelb angezeigt. Yay. Und sieht natürlich mega sexy aus. Ein Lidsart. Eine Lidsart-Haut ist die schönste. Tja. Oh. Ich hab da auch ein bisschen... Also so reagieren die Frauen, muss ich ehrlich sagen, auch in echt werden, die mich sehen. Sind total perplex. Einfach... Ich weiß nicht. Ich glaub, ich bin einfach zu hübsch. Hey, die ist nackig. Oha, Alter. Bleib mal locker. Ist hier noch jemand? Ist das eine Falle? Alter Falter. Wie, was? Warum holzt die da unten rum? Jawoll. Geil. Jetzt... Wo kommt denn das jetzt hier? Egal. So. Komm Schatz, wir gehen heim. Ich kann die Pause machen. Hey, hey, hey. Ich und meine Freundin, Beate. Ich liebe sie so sehr, die Beate. Uah. So, passt. Also, Hauscheck, Feuercheck, bester Kumpel, äh, die Hälfte vom besten Kumpelcheck und Fraucheck. Geil. Ey, ey. Geiles Leben hier. Jetzt. So. Wo gehen wir hin? Wir wollten zum Strand. Mein Haus zeigt's mir ja Gott sei Dank an. Sonst würde ich dann nie wieder hinfinden. Wie gesagt, Orientierung like a buckwurst. Oh. Also hier sieht's aber auch geil aus. Gut, mein Haus zeigt's mir noch an. Erkunden wir mal ein bisschen die S-S-Insel. S-Island. Alter. Alter. Oh. Ne, danke. Danke, aber ne, danke. Echt nicht. Alter Falter. Ja, genau das meine ich. Das ist halt mal so ein kleines Grüppchen. Scheiße, ey. Wie's aber abgeht. Nee. Never. Da geh ich jetzt nicht entlang. Wow. Patsch, patsch, patsch. Achso. Ich geh lieber mal in die andere... Stäbchen. Stäbchen. Lieber mal in die andere Richtung. Oh. Das ist so heftig, was das ist, 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 ich kapiere es nicht, egal, boah, schnaufelt dazu. Und, und ja, genau, unten sieht man jetzt zum Beispiel ganz unten links bei dem gelben Hammer. Das ist das, was noch zum Bauen aufsteht. Das wäre in diesem Fall ein Garter-Turtleyschels, also alten Panzer von der Schildkröte, für unseren Wasserfänger, damit wir immer was zum Trinken haben. Yay. Gut, ich sehe mein Haus noch, ganz wichtig. Boah, es hat aber schon so eine geile Atmosphäre. Hammer. Wochenvögelchen. Wir versuchen es, wir versuchen es mal ganz leise zu erlegen. Hallo? Bist du behindert? Renn doch nicht weg. Ach, egal. Boah, Mann, hier wäre geil gewesen. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Kacke. Müll. Fuck it. Boah, das ist hier so cool. Ich baue mir mal, nicht böse sein. Ich baue mir mal hier nur ein kleines Temporary Shelter, ein Temporary Shelter, dass ich weiß, wo ich wieder hin muss. Oh nein. So, mache ich mal das hier, dann kann ich gleich mal Leaves Collecting Blätter, indem man Wische und Sträucher und Stiele zerklöppelt. Jawohl, ey. Der Gärtner ist am Start. Mein Name ist Gerd. Ich bin Gärtner. Ich bin Gerd, der Gärtner. Jawohl. Wow. Das. Ja. Ja, gut. Ich denke mal, da wird man auch nicht nass. Egal. Gut. Ich speichere hier gleich mal. Jo. Ich brauche was zu füttern. Ein Schnack. Hauen wir uns mal in den Schnack rein. Was war das jetzt? Ach, das. Ah, Mann. Da sind wir wieder. Wenn es der gleiche See war. So, wo gehen wir jetzt hin? Schauen wir mal da unten rum. Oh, schauen wir hin. Da. Ein Zeltplatz. Ah, sack oder fix. Wow. Ach, also. Da muss ich ehrlich sagen, war der Sonnenschutzfaktor bei der Sonnenschutzfaktor bei der Sonnenschutzfaktor etwas zu niedrig. Ach, Entschuldigung. Ach, kein Topf. Geld. Bei Pilzen bin ich ein bisschen vorsichtig, muss ich ehrlich sagen. Ah, lass ich mal lieber. Was das? Okay. Äh. Geld ist immer gut. Geil, ob man es braucht oder nicht. Was ist das? Und noch irgendwas hier am Start. Ach, hier sind wir gestartet. Hallo, Inera. Ah, die blöden Tennisbälle immer. Hallo. Ist da jetzt wieder was? Ja. Ja. Hallo. Hallo. Wir wollten den Strand. Moment, der Strand war doch, wie wir hier angefangen haben. Warte, der Strand zieht mich nach vorne, oder? Da bin ich jetzt gar behindert. Nö. Sieht strandlich aus. Okay, keine Eingeborenen und oder etwas anderes. Es soll ja auch noch andere Kreaturen geben. Ich leider bis jetzt nicht sehen konnte. Oh, ein wildes Fisch. Das muss ich mal erlegen, gell. Halt. Hallo. Toll. Also, was haben wir denn hier überall noch alles Schönes? Rumlungern. Stehen Sandhase hin. Ja, Schildkröte. Halt. Äh, hallo? Geht auch. Da, da. Komm näher, mein Freund. Ich tu dir auch nicht weh. Ich tu dir auch nicht zu. Ich tu dir auch nicht zu. Ach Gott. Das Arme. Ich tu dir. Ich tu dir. Boah, was ist draußen jetzt? Ja, da. Da, da. Da. So geil. Wow, alter. Oh shit, you. Zwei. Ich seh zwei, ich seh zwei. Wer bietet mehr? Wer bietet mehr? Ich umgehe die mal gekonnt. Oh, da hab ich lieber die Hacke in der Hand. Und etwas Energy. Hi. Alter. So, jetzt zeigst du... Wieso, jetzt zeigst du das eine Haus an? Was? Sag ich auch immer. Ähm. Geht's mir da wieder? Oh, geil. Oh, geil. Oh, ein Zeil. Was? Noch ein Zeil. Geil. Wow, alter. Wow. Ah, der alte Asthmatiker. Oh Gott, ey, der schreist. Ah, was? Was war... Hab ich jetzt in das Kanickel gebissen? Hilfe. Oh. Wieso zeigt's mir jetzt bloß das eine Haus an? Und ich hab doch... Hä? 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 Oh, hier wär er noch geiler. Also für mich ist das eher der Entscheidungssimulator als der... Also, als der Forest. Kacke. Aber wir haben jetzt mal eine kleine Süße Location, wo unser Heuschen ja schon steht. Da galopieren wir auch mal wieder hin. So mal den Regenfänger. Regenfänger. Ah, fertig bauen kann. Boah, ich dachte, denn laufen welche. Ah, laufen wirklich welche? Oh Gott, scheiße. Nein, nein, nein. Wär das jetzt uncool. Direkt mal in der zweiten Folge einfach mal so weggenascht zu werden. Gut, so dann folgt mir keiner. Ist ja gut. Ist ja gut. Chill mal. Alter. Ich bin Gärtner, Gärt. Ich muss schnell nach Hause, denn ich hab noch was am Herd. Ich besitze zwar kein Pferd. Aber eine Frau, die sich um mich nennt, scheiß kehrt. Heil! Ah. Ah. Damit sie auch nicht mehr weglaufen kann. Noch mal beschweren. Ja, geil. Ich weiß nicht, kann man das dann eigentlich direkt trinken, wenn es rauskommt? Ah, was wir noch probieren können. Wir haben jetzt den Topf. Den kann ich jetzt mit... Hä? Was? Igitt? Oh. Feuer voll machen. Und dann gleich mal abchecken, wie das mit dem Feuer funktioniert. Sehr geil. Sehr geil. Wegen Bakterien abkochen und, 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 damit man einfach sauberes Wasser trinken kann. Geil. Mag ich sowas. Schneller, 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 schneller. Das dampft doch schon wie Sau. Los. Los. Ah. Ja. Ja. Direkt aus der heißen Schüssel trinken. Mach ich auch immer so. Sehr geil. Dann hauen wir uns noch was zum Essen drauf. Machen wir mal. Oh, was nehmen wir denn? Ach, gönn mal, ey, wir gönn uns einfach mal so ein leckeres, äh, leckeres, leckeres, leckeres Kaninschen. Burn. Wird das dann auch schneller fertig? Und höre auf mit den Geflännen. Los, los, los. Ah, fertig. Essen ist fertig. So. Nein. Geil. Mh, schön mit Knochen gegessen. Ach, geil. Was gibt's denn noch? Was im Vogel jagen? Da. Alter. Das sieht so hammer aus. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Skyrim. Wer das kämpft, an den Bergen zu klettern. Gut. Aber es sieht schon, ey, es sieht schon mega geil aus. Wirklich Hammer. Nein. Oh, geil. Vogel-Dispoll. War zwar jetzt kein Homerun, aber... War auf jeden Fall geil. Wow, alter. So, wir gehen zurück zur behaarten Beate. Die behaarte Beate. Und speichern. Auf Slot 1. Und dann sag ich mal, vielen lieben Dank fürs Zugucken, liebe Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Checkt doch auch mal gerne die anderen aus. Wie Light, Rexor oder Baumi oder RoboStar mit den News. Daumen wäre auf jeden Fall super lieb von euch. Würde mich richtig freuen drüber. Und ich sage auf jeden Fall mal Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Vielen Dank.